Herzlich Willkommen zum Chakrenausgleich. Schön, dass du hier bist. Zuerst möchte ich dir kurz erklären, was die Chakren sind und warum man einen Chakrenausgleich machen sollte. Die Chakren sind also Energiewirbel oder Energiekugeln, welche in unserem Körper sitzen. Es gibt davon ganz viele. Heute kümmern wir uns hauptsächlich um die sieben Haupt-Chakren. Manchmal ist es so, dass ein Mensch durch Sorgen, durch äußere Einflüsse, durch Liebeskummer, durch solche Dinge aus der Mitte kommt und die Chakren dadurch nicht mehr richtig funktionieren. Es ist natürlich so, wenn jetzt ein Chakra ein bisschen schwach ist, dann unterstützen das die anderen Chakren, dass es auch wieder funktioniert. Aber dadurch ist dann wiederum entsteht eine Überbelastung und es ist halt nicht im Gleichgewicht und dadurch fühlt sich der Mensch einfach nicht so wohl. Ja und darum geht es eigentlich. Es ist sehr wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Ich möchte gerne, dass du dich wohlfühlst und dass jeder Mensch in seiner Kraft ist und ausgeglichen ist. Darum sollte man also einen Chakrenausgleich machen. Die Chakren verbinden die Aura und den Lichtkörper. Die sind für uns sehr wichtig. Sie sind praktisch lebenswichtig, weil sie unseren ganzen Körper, unser ganzes System mit Energie versorgen. Ja und deswegen biete ich diesen Chakrenausgleich an. Das Video ist extra kurz gehalten, damit du es schnell immer wieder mal zwischendrin machen kannst. Und vielleicht kannst du es ja in ein tägliches Ritual mit einbeziehen und jeden Tag wenigstens einmal das machen. Du wirst einen Unterschied feststellen. Du wirst dich richtig, richtig wohlfühlen. Okay, ich fange an. Ich werde nicht so viel sprechen, aber ab und zu werde ich Erklärungen machen. Und zwar beginne ich jetzt mit deinem Wurzelschakra. Es fließt die Energie in dein Wurzelschakra ein. Ich reinige dein Wurzelschakra. Ich sende Energie in dein Wurzelschakra. Dann gehe ich in dein zweites Chakra hoch. Nach oben. Es wird gereinigt. Ausgedehnt, mit Energie aufgeladen. Jetzt gehe ich in dein drittes Chakra. Es wird ebenfalls gereinigt. Es ist das Sonnerplexuschakra. Das ist das Chakra. Dort ist oft Wut oder Kummer. Es wird gereinigt. Mit Energie aufgeladen. Jetzt gehe ich in dein Herzchakra. Jetzt gehe ich in dein Herzchakra. Es wird gereinigt. Ausgedehnt, mit Energie aufgeladen. 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 Jetzt gehe ich in dein drittes Auge. Das Stirnchakra. Das Stirnchakra. Reinige es. Ausgedehnt, mit Energie aufgeladen. Ausgedehnt, mit Energie aufgeladen. Ausgedehnt, mit Energie aufgeladen. Jetzt gehe ich in dein Kronenchakra, reinige es. Dehne es aus, lade es mit neuer Energie auf. So, jetzt gleiche ich alle Chakren aus. Sie sind jetzt gereinigt, ausgedehnt, aufgeladen. Jetzt werden sie komplett ausgeglichen. Sie alle gleich viel Energie haben und dich unterstützen und in die Mitte bringen. Sehr schön. Ja, das war's. Du bist wieder wunderbar in deiner Mitte. Die Energien wurden ausgeglichen, die Chakren sehr gut unterstützt. Du wirst es spüren. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und vergesse nicht, morgen deine Chakren wieder auszugleichen. Je regelmäßiger du es tust, desto mehr kommst du in deine Kraft und in deine Mitte. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.